Servus, liebe Facebook-Freunde, draußen an den Bitschirmen. Hier spricht wieder euer beliebter und bekannter Rainer Zipfel. Liebe Freunde, was machen wir denn am Sonntag? Gehen wir wandern? Nein, 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 wir gehen nicht wandern. Gehen wir bergsteigen? Nein, wir gehen nicht bergsteigen, viel ist gefährlich. Oder gehen wir ins Halmbad? Nein, wir gehen alle schwimmen, können wir ja versaufen. Nein, am Sonntag gehen wir alle zum Fußball. Zum Fußballspiel unseres Traditionsvereins SV Maudach. Also Schublade auf, Notizbuch raus oder Smartphone eintragen. Sonntag, 20.11. 14.30 Uhr, Kustelnheim gegen SV Maudach. Anstoß 14.30 Uhr. Und hinterher in unserem Clubheim des Traditionsvereins SV Maudach gemütliches Beisammensein. Also nicht vergessen, Sonntag, 20.11. 14.30 Uhr. Ich lade euch alle ein. Ich zähle auf euch. ASV Fustelnheim in SV Maudach 1919. Ich bin auch da. Wir treffen uns. In dem Sinn wünsche ich euch ein gutes Wohl. Und nicht vergessen, Sonntag, 14.30 Uhr in Fustelnheim. Du kommst mal ein bisschen mehr mit deiner Städtikantung. Neue Videos von Rainer sind in Planung. Zabuz! Zabuz!